Das ist unser Schlafzimmer. Den fehlen wir gerne drin. Das haben wir in der Woche. Und bitte nicht in unserem Bett schlafen. So, das ist die Nummer von dem Haus in der Schweiz. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ach, Mama. Was war das, bitte? Nichts. Ich habe plötzlich das Gefühl gehabt, die sehe ich nie wieder. Andrea. Ich bin nicht die Andrea! Ich bin nicht die Andrea. Rewehe du, Amisha. Ich könnte mich vorstellen, dich zu verlieren. Nichts, lieber. Nichts, ich auch. Anna! Tiere! A. Stor. T. Tocke. Was? Voici le mouton que vous avez tué cet après-midi. Bon appétit. Wie bin ich hierher gekommen? Ich hab was so absurdes träumt. Was denn? Ich hab geschlafen und es war geregnet und dann hast du plötzlich die Tür aufgemacht und mich aus dem Auto gezerrt. Und mich umgebracht.